Ich möchte euch jetzt Tänzer aus verschiedenen Teilen Griechenlands vortanzen. Wir werden von unserem Tanzlehrer, Herrn Michaelis Kapsalis, unterrichtet, samstags von halb zwölf bis um sieben Uhr. Und jetzt gebe ich das Wort an Johanna weiter. Wir, die kleinen Kinder, werden vortanzen. Castorianos und Trasaposervicos viel Spaß. Applaus Deta, Deta, Deta. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.